Das ist schlecht. Da müsste man gucken, warum ist kein Strom da. Wahrscheinlich, weil dann hier insgesamt die Anbindung fehlt. Aber hier sieht der Strom ja relativ gut eigentlich aus. Das heißt, diese Windkraftwerke machen nicht genug Saftschau da unten. Das ist das Problem. Da können wir aber jetzt leider nichts dran ändern. Ja, das ist so. Woanders ist es mit dem Strom gut. Man müsste jetzt gucken, dass man da irgendwie eine Verbindung hinbauen könnte. Dann sozusagen, ja, ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Man müsste jetzt hier sagen, komm, wir müssen schauen, dass es erstmal weiterläuft. Dass es gleich wieder mit dem Strom besser wird. Weil Wind da ist, es ist gerade kein Wind da. Deswegen haben die jetzt, ah, jetzt drehen sie sich langsam wieder. Und siehe da, jetzt kommt auch wieder Strom auf. Ja, die sind gerade schlecht dran. Das ist wiederum dann so ein Punkt, wo ich dann sagen muss, okay, wir müssen hier gucken, dass wir dann hier Flächen abreißen, die hier nicht gebraucht werden. Und da müssen wir gucken, dass wir dann wiederum hier auch die Flächen sperren. Das habe ich auch schon gemacht. Hab dann hier gesagt, komm, zack. Da darf keiner mehr hinbauen, einfach aus dem Grunde, weil sonst klappt das nicht mit dem Strom. Strom, ne, also hier, 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 ja, dann können wir den noch wegnehmen, den. Hier müsste noch die Strombrücke, wenn nach, da sein. Äh, ja. Und dann sind dann halt Flächen, wo ich dann sage, gut, müssen wir sperren, weil nicht genug Strom zurzeit hier ist, ne? Das Haus ist abzureißen, oder was? Machen wir mal dies an, dann, okay. Dann kann das weg. Und diese Fläche wieder sperren. Wegen dem hier, ne? Wenn hier jetzt nämlich noch neue Häuser gebaut werden, dann geht es ja mit dem Strom auch noch weniger. Lass uns mal gucken, dass wir halt hier auf gar keinen Fall Zupax kriegen, ne? Ja, erstmal. Der Zuwachs muss dann woanders stattfinden. Ja, da. Da, okay, das ist aber noch genug angebunden, denke ich. So, Flächen dann sperren, damit da erstmal keiner zusätzlich hinzieht. damit das hier hinten mit dem Strom erstmal bleibt, ne? Weiß nicht, wie der Strom kriegt, aber zurzeit kriegt der halt Strom. Oh, da sind jetzt wieder zwei Häuser. Kannst du dann auch wegmachen. Oh, das war schlecht. Das kann weg, aber das muss bleiben. Ist schon von alleine jetzt weggegangen, auch gut. Gut, okay. Da kann noch ein Haus weg. Da auch noch eins. Und wie gesagt, da müsste man jetzt sofort hinterher Flächen sperren, damit die hier unten Strom haben, ne? Geht gerade so. Aber, hm, hier ist es doch noch nicht. Die werden jetzt hier auch von alleine dann irgendwann sagen, boah, ich hab keinen Strom. Tschüss. Das wäre die ganze Häuserzahl. Die wollen wir dann auch nicht. Na, das ist dem auch so. Ein paar Häuschen da drauf sind ja noch da. Die haben ja immer noch keinen Strom, sind deswegen sauer. Ist dem auch so? Ja. So. Hier hinten ein Bodenrichtwert schlecht. Da ist dann wieder ein Haus abzureißen. Und dann aber auch gleich wieder die Fläche sperren. Das können wir auch einzeln sperren, wie man gerade sieht. Ist da auch noch eins? Ja. Okay, da ist schon einer nicht mehr so sauer. Weil er gerade wieder Strom kriegt, ne? So, nochmal. Hier die letzten drei fehlt es jetzt noch hier in dem Wohngebiet. Hängt natürlich damit dran, wie schnell sich die Windräder wahrscheinlich drehen auch, ne? So, die letzten finden das jetzt nicht so toll. Gibt es hier noch Flächen, die man stilllegen kann? Ja. Da ist noch eine Fläche. Da auch. Weil wenn da noch ein Haus hochgezogen wird, dann haben wir ja trotzdem das Stromproblem. Deswegen müssen wir gucken, dass das alles schön läuft, ne? Jetzt habe ich den da auch noch geklaut. Der soll aber bleiben. Das kann weg. Das kann weg. Hier ist noch was, oder? Aber doch, geht auch. Hier ist noch einer. So. Das ist auch noch weg. So, sind sie denn jetzt immer noch ohne Strom? Ne. Jetzt ist wahrscheinlich erst mal so weit so gut, ne? Aber wie man sieht, sind hier vorne dann wieder welche weg. und dadurch kann es dann auch sein, dass das dann wiederum auch okay ist, wegen dem Strom, ne? Ja. Gut, ist hier erst mal geklärt. Hier sieht es dann, hier sind auch schon wieder, ja, man kommt gar nicht gegen an, so schnell, wie man das schlecht hat, ne? Sagen wir es mal so. Gut, jetzt weiter gucken hier gerade mal. Das ist alles in Ordnung. Gesundheitswesen. Ja, Straßen, okay, da können wir auch nichts machen gerade. Insgesamt gesehen ist es okay, ne? Ja. Wo ist jetzt noch was zu tun, dass es besser wird? Hier sind schon wieder ganz viele Häuser da, die verlassen sind, ne? Dann wird wieder Bodenrichtwert schlecht, ne? Ist auch klar. Weil ich habe ja komplett alles weggehabt und da sind jetzt tausende von Häusern auch wieder raus, ne? Was sagt er jetzt hier? Nicht genügend Kunden, ja. Kunden laufen weg. Ja. Ist da, ne? Klar. Hier, was ist das? Müllprobleme. Ja. Der Müll nicht abgeholt. Obwohl wir genug Müllplätze haben. Wie sieht es denn so mit unseren Friedhöfen zum Beispiel aus? Okay. Doch, da sind sie. Die werden entleert. Das auch. Da ist einer noch frei. Den können wir gerade bearbeiten. Ja, müssen wir noch weniger haben. Wie viel haben wir denn das? Die Frage, ne? Gesundheitswesen, Bestattungswesen. Verstorben, 128 Krematorium. Wir brauchen Friedhoffsauslastung. 35% Kapazität. Der ist riesengroß. Das bedeutet, den können wir auch abreißen, ne? Wo? Der ist jetzt erstmal aus. Ach so, abreißen geht ja mit dem Bagger hier, ne? Ja. So, da, da. Da sind zu viele. Die werden aber gerade geleert. Hier ist noch einer. Und da ist einer. Das bedeutet, der kann auch weg. Hier ist noch einer. Dann kann der weg. Und der muss aber geleert werden. Gut. Da oben ist auch noch einer zum leeren. Hier, der kann abgerissen werden. Da oben, der muss geleert werden. Nicht abreißen, ausmachen. Ja. Da ist einer. Und da oben ist auch noch einer. Da ist einer. Dann reißen wir die beide weg. Na, mach zu. Egal. Weg. Ja. Weg. Ja. Den lassen wir dann. Und den lassen wir dann. Hier muss noch einer weg. Vielleicht. Ah, der kann auch weg. Ne, machen wir nicht weg. Den öffnen wir wieder. Und machen den mittleren dann weg. Hier sind definitiv zu viele. Sind aber gerade alle am Laufen. Hier hinten ist einer. Das ist okay so. Momentan kommen Leute in die Stadt. Aber wir sind auch unter 30.000. Ja, hier müssen noch ganz viele weg. Der muss geleert werden. Hier sind auch zu viele. Dann würde ich sagen, machen wir den mal dicht. Und den auch dicht. Weil der kann ja nur laufen. Die beiden sind leer. Tja, dann würde ich sagen, machen wir den auch noch leer. Weil dann kann der da bleiben. Die beiden weg. Den auch leer. Ach, der geht schon. Aber das Gebäude lehrt sich. Okay. Sieht man irgendwie gerade nicht. Wenn man näher rangeht, geht das. Die beiden weg. Die beiden weg. Der bleibt. Der weg. Der weg. Der weg. Der bleibt. Hier bleibt einer. Der weg. Der kann schon weg. Gut. Ja. Der bleibt. Der bleibt die anderen weg. Der bleibt. Der wird geleert. Ne, oder? Ja. Die weg. Der weg. Der weg. Der weg. Der weg. Der kann hier bleiben. Ja. So, hier von denen kann der geleert werden. Und der auch geleert werden. Und der bleibt. Der wird geleert. Der weg. Lernen wir. Der. Lernen wir auch. Der bleibt. Der weg. Der weg. Der bleibt. Vielleicht bleibt der auch. Gut, dann kann der definitiv schon abgerissen werden. so. Ja. Hier leert sich's. Davon kann auch definitiv einer geleert werden dann. den also weg. Der leert sich, der bleibt. Der leert sich, der bleibt. Den also weg. Der leert sich, der bleibt. Dann der bleibt, der bleibt. Nein, das kriegen wir dann schon hin, ne? So, hier. Kein Platz mehr. Kein Platz mehr. Die müssen sich leeren. Der auch. Kriminalitätsrate zu hoch. Okay, können wir jetzt nicht ändern. Die sollen mal den Müll klauen, dann wird der auch weniger, ne? Ja. Dann läuft da erstmal. Hier sind schon wieder ganz viele Leute dann weggezogen. Wir sind aber momentan am Plus machen. 137. Die 30.000 möchten wir gerne wieder. Hier sind auch ganz viele wieder weggezogen. Alles Industriegebiet hier auch. Keine Arbeiter wahrscheinlich dann. Gestaltet sich schwierig, ne? Jetzt haben wir eine Riesendurststrecke. Müssen wir hier immer gut darauf achten, dass wir alles haben. Ja, die Zufriedenheit ist da, ne? Gesundheitswesen ist gut. Frittus-Auslastung ist runter, ja. Und Kremateuern haben wir reichlich wohl momentan. Heilungskapazität 8.000, kranker Bürger 313. Das ist also... Wie sieht denn das Budget da aus? Ist das schon ganz unten? Ja. Wie war es denn jetzt mit dem Müll? Okay, das müssen wir so lassen. Das passt schon. Das kommt hin. Wasser lassen wir so. Und Strom könnte man nochmal 5% runter gehen, ne? Denke ich mal. Gut, Bildung war da. Wie ist die Bildung überhaupt? Ja, geht so. Strom ist immer runter gegangen, ne? Ja. Können wir so lassen. Ja, Gesundheit geht nicht. Oder geht schon. Ja klar, wir können doch was abreißen, ne? Krankenhäuser oder sowas. Welche Krankenhäuser haben wir? Das ist die Frage, ne? Haben wir erst welche stillgelegt, ne? Sollten wir erst mal stilllegen. Vielleicht macht das nochmal Sinn, ne? So, hier sind... Das sind Arztpraxen, ne? Oder ist... Ne, das ist ein Krankenhaus. Ja. Ja, ich denke mal das Krankenhaus hier. Können wir dann stilllegen. Das machen wir aus. Ich finde die jetzt nicht toll, ist klar. Jetzt müsste man gucken. Ja, Arztpraxis ist da jetzt nicht gegeben, ne? Oder, ja, da war keine Arztpraxis. Das ist ja auch nicht so doll. Die müssen jetzt da hin. Aber Unwege im Kauf, ne? Vielleicht hätten wir besser das Krankenhaus zumachen müssen. Das machen wir jetzt auch nochmal. Das wieder an. Und das aus. Gut. Kriegen wir 30.000 wieder hin. Ich denke schon, ne? So, hier hinten ist eins. Ja, ein bisschen schwach. Hier könnte nur eine Arztpraxis irgendwo sein, ne? Dieses hier würde ich schon fast sagen abreißen. Aber in diesem Moment nicht einfach wegen der Stromverbindung ist das ja auch noch damit zu überlegen, ne? Hier ist ein Krankenhaus. Da ist eins. Hier ist jetzt gar keins, ne? Ne. Hier ist auch Arztpraxis einfach zu viel, ne? Ne, nicht abreißen. Erstmal nur ausmachen. Dafür müssen wir das so machen. So. Nochmal Arztpraxen angucken. Hier hinten ist auch eine zu viel, oder? Diese da machen wir aus. Gut. Hier ist ein Krankenhaus. Schlecht positioniert ist allerdings. Hier sind zwei Arzt, vier Arztpraxen auf einer Stelle. Ich glaube, da machen wir zwei davon aus. Nicht aus dem Auge verlieren. Das ist dieses einmal. Und die, ne? Ja. Machen wir auch aus. So. Da ist noch eine. Das passt erstmal soweit. Wie sieht es hier aus? Geht alles. Hier sieht es auch noch einer zu viel aus. Diese da machen wir mal weg. Mach den mal aus. Ich finde die jetzt nicht toll, ist klar. Hier, vier Stück. Au, au. Tja, ich würde diese ausmachen und diese ausmachen. Die aus. Die aus. Und war das die, ne? Die aus. Ja, finde die nicht so toll. Aber das ist schon okay so. Hier können wir noch mal was am Dingens machen. Am Müllplatz entleeren. Irgendwelche Müllplätze denn, die wieder laufen könnten. Das wäre jetzt wichtiger, ne? Das tut es aber nicht. So, jetzt sind wir hier leider wieder leicht im Minus. Fanden die jetzt wahrscheinlich nicht so toll. Zahlen sind alle im grünen Bereich. Was war das jetzt hier? Ja, immer noch Gesundheit. Die ist immer noch hoch. Bestattung. 135.000. Immer noch reichlich. Gut. Ja, sonst. Bist du noch was bei? Feuergefahr. Lärmbelastung. Kriminalität. Ist jetzt nichts, was ich sagen würde, brauchen wir gerade, ne? Die obersten sind schon die wichtigsten mit, ne? Die, die im grünen Bereich sind. Entschuldigung. Ja. Läuft da erstmal so weit. Kommen jetzt auch gerade wieder Leute in der Stadt. Ist nie dolle, aber funktioniert erstmal. Hier müssten wir schon wieder was wegreißen. Ja. Stromtechnisch sieht es dann auch wahrscheinlich mau aus, ne? Obwohl ist es alles relativ verbunden. Hier gibt es eine Trasse. Warte mal, da ist gerade was. Was ist das, ein Friedhof? Ne. Ist das ein Müllplatz oder was ist das? Was ist das? Ein Friedhof. Okay. Dann doch hier. So, jetzt sehen wir es. Okay, die beiden sollten ja auch weg. Dann können wir das gerade machen. Ja. Und. Ja. So, da haben wir einen in der Mitte gelassen. Das passt schon. Gucken wir gerade nochmal rüber. Vielleicht finden wir da noch welche. Die müssten da entleert werden. Oder wie sehe ich das? Aber werden sie auch. Ja. Okay. Die anderen sind noch alle zugange. Der. Ja. Weg. Der wirbt dann da hinten. Gut. Da hinten fehlt jetzt Stroh. Ja. Weil es der letzte Zipfel ist und gerade kein Wind da ist wahrscheinlich. Verbindung ist glaube dahin. Ja gut. Aber. Ich würde mal sagen. Für die Folge soll es dann auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich für's Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.